Ja meine Freunde, Servus, ich bin's wieder euer Blog Aker und heute in diesem Video gibt's wieder einmal seit lange einem Gitarren-Video da hinten. Ich hoffe die letzten Videos haben euch soweit gefallen, auch die Tutorials und so weiter und auch das Konzert und ja heute gibt's wie gesagt wieder einmal ein kleines Gitarren-Intro und ja, bei uns ist es nicht ganz so schön, also es ist schon schön, es scheint die Sonne aber es hat immer wieder einmal geregnet draußen und ja deswegen gibt's heute mal einen chilligen Tag und ja, dann würde ich sagen ganz ganz viel Spaß mit dem Gitarren-Intro und bis gleich. Musik 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 uck Musik 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 Ja, wenn euch das Gitarren Intro gefallen hat, dann lasst mir natürlich einen Daumen nach oben da, das würde mich freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Servus, Habe Dere, euer Blogger und Ciao, bis zum nächsten Mal.